Hallo, 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 meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von dem Eis am Scotchie, der tut vor Rest spielen. Ja, wir wollen uns jetzt irgendwie durchballern. Ich mache mir nochmal ganz kurz eben schnell Lappen hier um die Axt. Ich Lappen. Das ist der lila Launebär. Ja, wie war es noch eine Tür? Nee, da sind wir noch durchgekommen. Wir müssen irgendwo hier lang. Ja, ich weiß nicht, ich habe nur die gleiche verhalten. Ich glaube, wir müssen hier lang. Wo ist die Zerstörung? Jetzt lass doch mal die scheiß Zerstörung, bitte. Ich möchte mal gerne wieder nach draußen. Ich möchte mal wieder ein bisschen was bauen. Deswegen sage ich, wo ist die Zerstörung? Weil dann wissen wir, wo wir schon waren. In meinem Fall. Naja. Hier ist wieder das Popel-Loch. Dann müssen wir hier links. Theoretisch. Hier links. Geht's hier durch? Die Antwort lautet, nö. Nee. Toll, Sackgasse oder wat? Herr Scotchie, Sie haben die Karte. Ja. Ähm. Kann das sein, dass wir tauchen müssen? Es könnte nicht sein. Nicht. Nicht. Ha. Ich check mal die Karte. Und stelle fest, dass ich... Puh, warte mal. Vielleicht diese Richtung... Ne, warte mal. Da geht's ja zu dem Durchgang. Ich guck mal. Hier lang laufe... Ich laufe einfach mal nicht auf der Karte lang. Das ist, äh... Höchstgradig verstörend. Also Möglichkeit A ist, wir gehen hier links. Ne, warte mal. Hier war es auch ein kleiner Tauchton. Hast du was? Ich hab mich jetzt gerade hingekniet vom Loch und auf einmal kam Musik. Jo. Ich will nicht... Patrick, würdest du jetzt mal bitte Licht einmachen? Ich sehe in der Hülle gar nichts. Also könnte sein, dass hier links was ist. Ja, zum Beispiel eine Kletterwand. Die, äh... Jo. Was? Noch wieder? Oh fuck. Das ist... Äh, hatte ich jetzt gerade auch. Ähm... Müssen wir hier durchsprengen? Ich befürchte, ja... Ich geh mal ganz weit in die Ecke. Ja, schön, dass du nach oben gehst. Super Idee. Das wird so schief gehen. Ist gut gegangen. Ich steh noch. Werde frei. Ist da hinten was? Leuchten Sie mal bitte. Leuchte, aber ich sehe nichts. Wasser. Ja, ich bin ein bisschen eingeschränkt in meiner Sicht, wenn ich die Karte offen hab. Wasser. Wasser ist nass. Ähm... Hast du Tauchanzug? Äh, ja. Aber wir müssen nicht tauchen, oder? Ja, aber Sicherheitshalber. Ja, hab ich jetzt gerade nicht an und jetzt kann ich ihn noch nicht anziehen. Das ist mein Problem. Ja, wir müssen nicht tauchen. Perfekt. Dann brauche ich ihn noch nicht anziehen. Ich muss übrigens gleich meinen letzten Schokoriegel essen. Boah, speichern. Perfekt. Aber sofort. Instant. Instant saving. Instant saving. Saving Instagram. Ah ne, saving Private Ryan war's. Ähm, ja. Hier müssen wir uns, glaube ich, durchmöbeln. Alter, wie brutal die Axt einfach mal ist. Ähm. Schlechte Idee. Anderes Werkzeug. Ich glaube, wir kriegen jetzt gleich Besuch. Boah, ich esse gerade, ich esse gerade mal ne Äußer. Sonst werde ich hier... Wie viel gibt ne Äußer? Wow, halb! Die trage ich auch erst seit zwei Jahren bei mir in der Tasche rum. Wir haben einen schönen Glitsch. Finde ich so toll. Ich sehe hier durch die Welt. Finde ich wundervoll. Entschuldigung. Okay. Links oder rechts? Ich könnte die Karte befragen. Die Karte sagt... Fragen Sie die Karte. Äh... Die Richtung wird stimmen. Wir kriegen es gleich sowieso hier voll Randale. Es sei denn, es wurde übernommen, dass hier keine neuen Viecher spawnen. Ne, normalerweise wird das hier jetzt gespeichert. Wenn man die Dinge in der Hürde auslöscht. Ja, aber es war ein Update dazwischen. Du meinst ein Re-Feature. Genau. Auch mal ein... Hier ist Sackgasse. Ja, ja. Das ist schon richtig. Hier ist wieder ein Wasserfall. Er ist flüsterleise übrigens. Und ich glaube, ich sollte mal kurz eben mein Dings anziehen. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich hier tauchen. Ähm... 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 Ah, jetzt. Da? Natürlich nicht. Wo tauchen? Hier? Ich hoffe so. Und... Ich hoffe so, auch. Es ist nichts verrückt in hier, wie ein Schark oder eine Piranha. Oder irgendwas anderes. Nein, es ist deine Stepmother. Oh, das ist so schrecklich. Das ist... ... so ein Dissaster. Warte, warum bist du schon wieder so schnell, ey? Das gibt's doch nicht. Because I'm swimming while sprinting. What? Okay. Irgendjemand schmeißt da mit Paketen nach uns. Boah, muss der Postbote sein. Ich hab nix bestellt. Können wir speichern? Ne, wieder nicht, ne? Mal gucken, ob's hier irgendwo was zu essen gibt. Das wär jetzt gerade mal... ... voll in meinem Interesse so ein Schokoriegelbecher hier. Na, ich hab Spoilt-Sachen. Ich mein, bei dir sind die ja dann wieder gut, nicht? Theoretisch ja. Wie lang geht vorerst noch? So lange, wie meine Stimme mitmacht und so lange, wie ich noch Lust habe. Wie gesagt, theoretisch gehör ich ins Bett. Ähm... Ich glaube, wir sind in eine Sackgasse geschwommen gerade mal. Ja, sind wir. Ja, da hinten geht's weiter. Wo geht's hier weiter? Malerweise ist ja da hinten ein Wasser mehr gewesen. Äh... Wo, was? Achso, Essen. Finde ich gut. I love it. So, jetzt bin ich voll. So? Ah. Hat's mir getan? Nee, aber jetzt geht's mir besser. Süchen. Ähm... Geronimo. Die Karte sagt, wir müssen zurück. Hä? Ja, wir sind falsch. Ja, aber... Ging's hier nicht immer weiter? Ja, wo denn? Du sagst die ganze Zeit, ging's hier nicht mal weiter, aber und schwimmst zurück. Ja, hier im Wasser. Äh, nee, wir sind von da gekommen. Also nicht von da, sondern von da hinten. Ja, ich folg dir mal einfach. Oder? Ich werd's dir nicht sagen... Äh, jetzt gerade nichts sagen können. Alter, ich komm nicht runter. Ja, hast du kein Bleigürtel? Nö. What? Ja, herzlichen Glückwunsch, wir sind wieder zurück. Moin, Lord Jan. Ja, ähm... Da sind wir nicht trotzdem von der anderen Seite gekommen. Nein. Doch. Ja. Du hast recht und ich meine Ruhe. Können wir uns darauf einigen? Nö. Nein, der Bogen ist die falsche Warte. Ich wollte doch ganz gerne... Nicht den Bogen, ich möchte gerne die blöde Plastiktorch haben. Ich bin gerade so blöd, das Spiel zu bedienen. Oh, ich hab Licht! Ähm, ja, also ich würde sagen, wir müssen irgendwo hin. Ähm, wo wo? Das ist mir nicht der Ausgang, immer? Nein, aber nicht der Ausgang. Also, weit in die andere Hölle. Sag, wenn du was gefunden hast. Das wird irgendwo hier bei mir sein. Hier gehen auf jeden Fall verdammt viele Abzweigungen ab. Sagt der Max. Bist du bei mir? Was, Max? Ich hab jetzt gleich einfach mal keinen Bock auf eine Konfrontation, wenn es hier so stinkeduster ist. Also, es müsste eigentlich hier irgendwo weitergehen. Ach, Tarr. Hast du was gefunden? Ja. Also, hier gibt's eigentlich zwei Wege ab. Das heißt, ein Stückchen zurück und dann nach hier drüben. Und von hier sind wir gekommen. Da ist das Holz kaputt. Und hier ist noch irgendwo ein Weg eingezeichnet. Der müsste hier irgendwo sein. Aber diese Taschenlappe, die regt mich so auf. Die geht ja einfach mal gar nicht. Die ist echt nur Kacke. Man sieht ja echt gar nichts. Oh. Hängt eine Leiche. Ach, okay. Wir sind so doof. Oder? Ja. Alles wieder runter. Oh, wir müssen hier hoch. Das ist schon richtig. Wir haben es einfach noch nicht gefunden. Das sind die dümmsten Menschen der Welt. Moin, ihr drei. Äh, scheiße, scheiße. Ach, wasser. Oh. Ich dachte, jetzt ist das war's gewesen. Ich glaube, das ist kein guter Tag für Forrest. Nee. Irgendwie pümmeln wir jetzt schon eine ganze Weile hier rum. Ja, und noch immer drei Minuten. Mhm. Geh rauf. Ja, guck mal, hier ist eine Ritze. Kann man reingucken. Und Spaß haben. So. Geht's jetzt rauf oder nicht? Nö, da geht's nicht rauf. Äh. Hier schwimmt jeder mehr in einem Leichenteil rum. Und auch ganze Leichen. Vater, Vater, ich will Leichen. Ja. Ich glaube, jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen. Alter, wenn du hier nach oben guckst, dann denkst du dir aber auch, Decke, bleib bitte oben. Aber ich glaube, wir sind hier weitergekommen, oder? Ich glaube, ja. Ähm. Ich glaube, ja. Wie viel Prozent? 411 Sekunden noch. Ähm. Es geht auf jeden Fall da durch. Und da müssen wir auch hin. Ähm. Die Frage ist nur, wie weit. Das Blöde ist, dass man unter Wasser die blöde Karte nicht anmachen kann. Ähm. Scotchy. Wir können auch einfach rüber, meinst du? Mhm. Es ist heute kein guter Tag. Ja, wir hatten das gerade schon. Ich trinke mal ganz kurz eben darauf eine kleine Soda. Das habe ich mal verdient. Ey, wie dumm meinst du nur. Ähm. Leute, ja. Stell die Frage bitte nochmal. Ich habe es, glaube ich, nicht überlesen. Hallo, wie geht da? Und Crazy Bee, äh, spammt den Chat zu. Das macht aber auch gar nichts, solange er das nicht überall nimmt. Sonst muss der Papa nämlich sagen, nö. Machen wir mal 5 Minuten Pause. So. Erstmal alles mitnehmen. Vielleicht ist ja Essen drin. Lass mal bitte eben alles aufmachen. Wie du weißt, ich habe kein Essen mehr. Vielleicht finde ich, da war ein Schokoriegel sehr gut. Und noch einer. Du hast Gerabi gegessen. Hast du schon wieder Hunger? Ja. Ravioli geht immer. Ravioli. Ja. Entschuldigung. Raviwürgi. Ja. Das sieht aus übrigens wie... Bist du auf der Gamescom? Ich glaube fast nicht, oder? Ähm. Das weiß ich nicht genau, ob ich dieses Jahr zu Gamescom schaffe. Ich meine, ich habe eine Einladung gekriegt. Ähm. Beziehungsweise mehrere Einladungen sogar tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob ich das terminlich irgendwo untergebaut kriege. Das weiß ich nicht. Ja, aber wir müssen... Hä? Wenn, wird es spontan. Dann gebe ich aber nochmal Bescheid. Hier kann es sein, dass... Ne, hier ist eine Sackgasse. Wir müssen, ähm... In diese Richtung. Ich sehe schon wieder nichts. Patrick, kannst du bitte mal vorgehen? Danke. Ähm. Bisschen rechts hier vielleicht. Mal eben kurz. Der rechten Seite hier halten. Moment. Money. Money? Money. Oh Mann. Hier ist Kohle. Ey, jetzt mal ganz ohne Scheiß. Die haben doch wohl den Arsch offen, dass die es jetzt wirklich so dußer gemacht haben. Also mit der Karte kommst du nicht vorwärts allein. Du siehst nichts. Ähm. Geh mal bitte vor hier. Ist das hier... Ja, da ist wieder... Das Wasser. Ach. Ja, das ist... Ich verzweifle gerade ein bisschen. Mal was. Ah. Jetzt runter. Ne, also du kannst es voll knicken. Es geht nicht so. Ich sehe nichts, wenn ich auf die Karte gucke. Ich kann nicht navigieren, wenn du nicht in meiner Nähe bist. Das kannst du voll stecken. Ich will den nochmal kurz herunterschauen. Ja, tu das. Ich gucke mich hier nochmal um, ob hier noch irgendwo was ist. So, hier ist wieder dieses blöde Wasserplätscher-Ding. Wo ich sagte, das sieht aus wie Gebärmutterhalskrebs. Aber sonst geht es hier echt nicht weiter, ey. Oder wir sind einfach nur zu doof und finden das offensichtlich hier schon wieder nicht. Aber ich gehe schon wieder unter Wasser. Nice. Oder sie haben wieder umgebaut. Na, jetzt bin ich auch wieder hier. Also dieser eine Weg, der hier eingezeichnet ist, der existiert einfach mal nicht mehr. Ja, hier gibt es einen Abzweig, der nach rechts führt und da kommen wir irgendwie nicht mehr hin. Ich weiß es nicht. So, die Sackgasse. Ich sage, ich finde die Karten auch echt ultra scheiße. Du kannst dich ja eigentlich nicht vernünftig, äh, orientieren. So, ich mache ja mal ganz kurz eben einen Cut, weil wir schon wieder zwei Minuten überzogen haben. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.